Wir sind gerade auf Kosicell. So, wir nehmen euch jetzt mit auf eine Runde und zeigen euch Kosicell. Jeder Tag auf dieser Tour hat etwas Besonderes, was besonders schön ist, weil es ist tatsächlich auch wie Urlaub. Und ich bin sehr froh, dass wir uns so viel mal die Zeit gönnen, um Sightseeing zu machen und Urlaub zu sehen oder sowas zu sehen und auch mal die Momente der Ruhe zu genießen und nicht mehr immer Stress, Stress, Stress. Das ist was I before in the past, a lot ago. Now these days are gray and cold for you. Please help me to understand why our heart is just beating we're the end. und zwar immer ARE Wir gehen in In Und Untertitelung des ZDF, 2020